So, Willkommen zurück bei Let's Play The Legend of Zelda Was ich noch sagen möchte, oder vorab Und zwar, ich war kurz unterwegs und hab mir Medizin gekauft Ich glaube, da das relativ wichtig ist für dieses Schloss Dachte ich, ach komm, einfach Medizin kaufen Und was, die Teufel, stammt in der Mitte? Hm, egal, irgendwas Ähm, oh, vielleicht sollte ich die Medizin nicht an diese Stelle nehmen Hier haben wir einen Bumerang So, den Schleim hier töten Okay, Schleim hier töten Den Schlüssel kriegen wir hier halt überhaupt nichts Das habe ich nachgeguckt, um ehrlich zu sein Ah, jetzt war es hier so komisch, dass sie gefilten, dass er immer das ist, oder? Oh, es war so klar Und, wie oft Schleim ich es aufpassen, ist, dass die mein Schild wegfressen Das wäre nicht cool So Boah, schnell durch Was, boah, was, bist du Boah, woah, woah Au So, und tschüss Bombe hin Das spare ich mir, glaub mal, in der Bombe Okay, geht nicht, schade Aber bestimmt hier, oder? Jo Das ist irgendwie klar in dem Spiel Immer Wenn Keine Ahnung Immer wenn es irgendwie Räume gibt In dem wir Wonnen bekommen Gibt es in den nächsten zwei, drei Räumen Und nicht hier irgendwas versprengen Das ist normal Das ist ja auch eine Karte Jo Dann würde ich sagen, es geht hier hoch Okay Scheiß Magier Ach ja, jetzt kann ich es ja blocken mit meinem Schild Juhu Dafür habe ich es eigentlich gekauft Boah, ich habe mein Schild noch Ich dachte, es wäre weg Oh, und ein Geheimgang Und Oh, ganz viele sind Magier Jeder hasst Na Komm Gib mir mein Schwert wieder So Stirp Nein Ach, diese Piecher sind doch nervig So So, was haben wir hier? Oh, roten Ring Höh Wow, cool Und der hat sogar rote Augen Sieht richtig cool aus Mach, mach, mach Mach dir Sogar mein Bogen ist rot Meine Pfeile Cool Alles ein bisschen abgefärbt Alles ein bisschen abgefärbt Ja Das sieht echt cool aus Okay, dann muss ich sagen Einfach mal nach unten So, muss ich kurz niesen So, hier einfach mal sprengen Oh, 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 oh Schnell weg, schnell weg, schnell weg Au Schlüssel brauche ich eigentlich nicht Aau Okay, okay Zurück, schnell weg, schnell weg Hier Schön, vorsichtig Hier glaube ich gehe ich in einen ganz normalen Standardweg, und zwar hier links. Was ist da oben? Okay, ich glaube der meint den rechts, oder? Oder den hier? Ich glaube der meint beide. Herz. Komm, komm her. Gut. Ich werde mal gehen. Ja, aber zuerst möchte ich gucken, was ist denn da in dem rechten Auge? Da gab es nämlich so einen Durchgang. Da brauche ich noch zwei Bomben. Nur das sollte reichen. Au, hier. Komm, schnell vorbei. Hier, was gibt es denn hier? Hier gibt es... Nichts? Au. Den Kompass, okay. Boah, das sieht geil aus. Mit den roten Pupillen da. Es sah cool aus. Tschüss, ich komme aus. Ich glaube die Kompass mit dem rennen Tisch. Hüffel ist die Treppe hier. Keine Gegner hier. Der glückliche. Okay. Das heißt, ich muss jetzt entweder nach ganz links oben ins Eck oder direkt dahin. Aber ich glaube, ich gucke ja schon ganz links oben ins Eck. Schön, was verdächtig ist, oder? Ich schaue in den schwarzen Raum. Der könnte verdächtig sein. Wow. Fünf und wenig. Ich bin reich. Okay. Nichts. Was macht der für eine Action? Ich glaube, ich trinke mal einen Schluck. Und ich wette, ich werde es direkt von dem da unten gleich getroffen. Ah, super. War so klar. Egal. So fühle ich mich gleich mal zehnmal wohler. So. Au. Au. Weck, komm her. Okay. Sehr schön. So. Bomben. Und nach oben. Okay. Gut, dann muss da höchst wahrscheinlich schon was sein. Ja, ich spreng's einfach auf. So. Nichts. Oder ich muss noch was schieben. Das kann jetzt nicht auch sein. Hm. Nervig. Na komm her. Gib mir mein Schwert. Jo. Und? Pfeile. Ellie.